Ich zieh mich dahin zurück, wo meine echte einzige Heimat ist. Die blauen Wellen schwappten sanft an das Schiff. Kleines Problem, Peck. Das ist ein Job für die alte Betsy. Wieso haben diese Sauber weibliche Namen, Al? Weil die Hüllenmenschen ihre Frauen an den Füßen gehalten haben für diese Arbeit. Weiter. Also, wo waren wir? Da drin ist es schlimmer, als ich dachte. Mach's gut, alte Betsy. Was ist ein Job für Betsys Mutter? Die echte alte Betsy. Ich geh jetzt rein. Und diesmal ist es persönlich. Manche. Nein. Das war's für mich.